Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu diesem ganz ganz kurzen Update-Video. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, kam letzte Woche kein Video und ich bin tatsächlich gerade an der Produktion für das nächste Video dran. Werde das aber noch ein bisschen nach hinten verschieben, ich sage euch auch genau warum. Und zwar teste ich gerade Kameras aus. Wie ihr vielleicht hoffentlich erkennen könnt, hat sich die Qualität ein bisschen verändert. Also das Bild jetzt, was ihr jetzt gerade sehen müsstet, sollte eigentlich noch ein bisschen schärfer sein. Und das liegt einfach daran, dass ich momentan die Alpha 7 II und die Panasonic Lumix G81 im Test habe. Und einfach mal ausprobiere, wie das die Bildqualität verändert. Und ich möchte für euch einfach noch ein kleines bisschen besseres Bild liefern. Deswegen arbeite ich da eben gerade dran. Und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Also das nächste Video ist mit der G81 geschossen. Deswegen könnt ihr mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr da einen Unterschied merkt. Oder wenn ihr noch andere Kameravorschläge habt. Also ich bin da ziemlich offen. Ich sehe halt bei beiden Kameras einen deutlichen Vorteil. Vielleicht werde ich da auch mal näher darauf eingehen. Jetzt soll es aber nur kurz darum gehen, dass ich eben die Kameras teste. Und dadurch zwischendurch dann mal gar keine Kamera habe. Dann habe ich wieder zwei Kameras hier liegen und so weiter. Und dieser ganze Stress mit den ganzen Kamerawechseln und so weiter möchte ich ungerne mit Videos dann verbringen. Einfach, weil ich da nur durcheinander kommen würde. Und dann teste ich lieber für mich. Und wenn ich mich dazu entschieden habe, welche Kamera ich da nehme, dann werde ich euch darüber rechtzeitig, wahrscheinlich auf den Social Medias informieren. Solange müsst ihr euch ein wenig mit unregelmäßigen Videos herabgeben quasi. Ansonsten teste ich noch ein bisschen damit rum. Die Aufnahmen, die ich damit mache, werde ich vielleicht auf dem zweiten Kanal veröffentlichen. Wahrscheinlich aber auch eher nicht. Aber da sollen jetzt auch mal wieder ein paar Videos kommen. Da nutze ich die Zeit und schneide dann da mal ein paar mehr Videos. Weil es kam ja schon eine ganze Zeit lang keine Videos mehr. Es hat ja so plötzlich geendet und das möchte ich jetzt mal wieder ändern. Na gut, das soll es aber auch nur ganz kurz von diesem Video gewesen sein. Wie gesagt, one take. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tut mir leid. Haut rein und ciao.